hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen runde wir üben terraner mit euren rob auf der automation le gegen den summit ein platin zwerg gegen einen platin terraner das kann ja lustig werden ja gegen zerg da könnten bei gekommen da kommt einigen dinge tanks und ich werde auch wieder auf kreuzer gehen ich probiere einfach mal die kreuzer diesen echt gut zeigt uns kann man nicht wirklich mehr rassen weil wir zeigt uns kommen jetzt tech lab früher braucht man doch eigentlich reaktor dafür oder das war so ich kann mich entsinnen dass ich früher das mit den reaktoren gemacht habe und dann immer gleich zwei zeit jetzt rauskamen und gegen zerg bringt das ähnlich weil linge sind gut gegen die zeit lens gut luck and fun können wir wünschen und dann geht es schon los gut luck and fun m8 m8 keine ahnung was er macht was er damit will aber danke so die machen wir dann auch dicht irgendwie gegen zerg sollten wir theoretisch scouten gehen nicht dass doch gleich der frühe pool kommt weil two barracks eröffnung also mit rieber bringt sie eigentlich nicht ich glaube gar kein rieber spielen bringt 0 ja die wir spielen den marine und dann ist alles gut so dumm auf die 2 oder kann ich nur ein bisschen näher klicken da war schon der erste overlord den ich mir dann holen kann das ist also okay soweit wir nehmen als nächstes eliten zentrale sobald die parake fertig ist wir nehmen als nächstes dann natürlich die fabrik brauchen wir viel mehr gas also können wir noch ein bisschen warten so der erste steht wurde können wir schmeißen da können wir weitere bewerbs bauen exe hatte genommen gehabt sonst sehe ich nichts weiter zwei marines haben wir das müsste auch erst mal dann gut getrunken reichen noch eine barrack und dann als nächstes die kommando zentrale für unten nach dem tech lab habe ich gut hingesetzt nur das nicht hinpasst das alles zeit die ich dann foliere und dann vielleicht glaube ich sterbe so wir brauchen jetzt kommando zentrale ein bisschen mineral sparen für den tank muss natürlich noch reichen den tank muss noch kommen ich brauche die zentrale ich muss jetzt hier warten ich muss die zentrale bauen passt die hier mit hin müsste eigentlich okay mit denen liegen keine chance das sind so wenig und vor allem jetzt mit dem tank nicht mehr nächsten tank dazu noch wurde schmeißen kommen wir mehr frauen und dann müssen wir alles mal aufs stoppt gehen oder raumhafen ja auch aufs heißt hier und natürlich maschinen dort damit noch was gegen mutters haben eventuell so jetzt wurde tank kommt ganz kaum noch hat kommt noch was ich höre die post bauen er möchte einmal reinscouten so abgraden so abgraden vielleicht dauert es dann nicht so lang ich bin mir nicht sicher ich habe viel zu wenig mineralis und diese ramp hier das ist ja wahnsinn ja komm nicht durch wegen ihnen jetzt müsste nur kommen wenn ich tot ich weiß hoch mit ihr runter dann brauchen wir noch ein paar depots dann könnt ihr wieder zurück als nächstes dann den fusionskern dran dann ich wollte keine berg Ich wollte ein Fusionskern. Danke. Oder ein paar davon. So, Fusionskern kommt. Wir können so lange mal ein Medivac holen. Schildet wäre noch nicht schlecht. Und du musst hier noch jeden Fall ein Depot bauen. Ich muss meine Tanks schützen. So, das kommt. Dann können wir jetzt bald anfangen mit den Kreuzern. Mineralien. Was ist das? Es kann nicht. Verstanden. BBF einsatzbereit. Boah! Seid mir erschreckt. Juhu! Wir warten nur auf die schlechte Neugier. Wir haben eine reparierende Tank wäre vielleicht doch noch echt Gold wert. BBF bereit. Noch ein paar Marines. Haben wir auch schon mal den ersten Kreuzer dazu. Nicht genügend in der Reihe. BBM ist einsatzbereit. Zum Glück kann ich Moodle schmeißen. Ich habe immer so wenig Arbeiter. Aber hier mit den Terranor. Mit den Mullen. Da geht das gut voran. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Wir brauchen mehr WBS. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Und demnächst noch ein Kreuzer. Denn genug Gas habe ich. So los Kreuzer. Wir brauchen noch Upgrades für die Kreuzer. Also wird noch nichts mit Kreuzer. Der wird schon die dritte haben oder die vierte. Aber dann ist es halt so. Wer hat die Flotte gerufen? Weil die dritte kann ich jetzt auch nehmen. So du kannst hier mal reparieren bitte. Erste Kreuzer kommt. Nicht genügend Mineralien. Aber für zwei Kreuzer. Also für zwei Satellitenzentralen. Erste. Raumhafen. Reicht natürlich die Produktion noch nicht. Vor allem wenn hier keiner arbeitet. Da brauchen wir noch ein paar. Davon. Und dann noch die nächsten Kreuzer gleich. Und danach Kreuzer Upgrades. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Los mehr Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Danke. Nicht genügend Mineralien. Sehr gut. Das da hin. Die kommt. Wer hat die Flotte gerufen. Mineralien fällt. Erschöpft. Jetzt nehmen wir mal den zweiten. Starport. Denn jetzt können wir schon mal die nächsten Kreuzer noch nachgehen. Und ich will nicht wissen wie der schon geextert hat. Aus der Bahn. Okay. Kreuzer, Lörke und sowas alles. Na Lörke war noch nicht dabei ne. Ne Lörke war nicht dabei. Aber da gibt es ja noch eine Gold. Was ist das denn für ne komische Gold. Was ist das denn für ne komische Gold. So die muss ich dann auch hier vorne nehmen. Na okay. Jetzt weiß er Bescheid. Es kommt Kreuzer. Das heißt, wir nehmen mal Barracks dazu. Wer hat die Flotte gerufen. Nehmen noch Abgriffe dazu. Schiff nicht los. Anweiterung. Fertiggestellt. Anweiterung. 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 Ach wirklich. Verstanden. Was auch immer. Wann geht's los. Sie wünschen. Was ist los. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Nur zu. Was ist das Ziel. Schießen Sie los. hier kann ja echt von drei seiten kommen haben wir die barracks fertig danke 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 mehr kreuzer so das ist nicht meiner er weiß also alles er scheint gut zu sein wie viele kreuzer haben wir denn jetzt schon sind es nur drei ja dann kann ich wohl schweißen ich glaube ich nicht hier aber sicher jetzt geht's rund hier kann ich nicht fahrradmarsch bereit Mineralgenfeld Erscherforschung abgeschlossen was auch immer ganz worauf sind durchgeladen und entsichert ein Rauner dazu mehr Marines dazu mehr Mineralien dazu mehr Mineralien dazu müssen wir die vierte nehmen eigentlich was wir da schon gemacht haben ihr komm ich benötige weitere Gepos und die Gepos fallen nicht genügend nicht genügend Mineralien ich habe zu wenig Produktion nicht genügend nicht genügend und benötigen weitere Gepos nicht genügend Mineralien er hat aber auch nichts das haben wir denn schon für Upgrades durch gleiches 2-2 durch sehr gut wer hat die Flotte gerufen Ja, wir sagen mal hallo. Kreuzer einsatzbereit. Was ist da? Ach wirklich? Ja, Commander. Come on, baby. Verstanden. Kurs ermittelt. Wird gemacht. Ja, Commander. Auf dem Weg. Wer hat die Blutte gerufen? Oh, es geht los. Jawohl. Mineralienfeld erschöpft. So, mehr dazu. Du willst halt überall mit Bailing probieren. Kann ja machen. Ich hab kein Gas mehr. Warum nicht? Hier sind nicht genug dran. Er ist erschöpft. Ihr könnt eigentlich alle runter. Damit hinfahren. Ja, Commander. Hier können wir meine Kreuze reparieren. Einen verloren. Das geht immer noch. Und 3-3 kommt. Oh, doch nicht. Noch mehr Gas. Mehr Depots bräuchte man noch. Hier können wir noch Gas nehmen. Dann können wir da noch weitermachen. Hier macht da weiter. Ja, Commander. Geschwader unterwegs. Der mutige Bader, der Bus. Energie. Der mutige Bader, der Bus. Ach. Was ist los? Und nun? Sie wünschen? Ja, Commander. Bbf einsatzbereit. Bbf bereit. Der mutige Bader, der Bus. Der mutige Bader, der Bus. Der mutige Bader, der Bus. Wer hat die Flotte gerufen? Geschwader unterwegs. Auf dem Weg. Was ist los? Ja, Commander. Es ist eine Fahle. Worauf soll ich? Ich kann es losgeladen und entsichern. Sie fehlen. Ganz kaum noch erfahren. Sperr, Sperr. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Es ist eine Fahle. Alles verloren, wenn ich nicht 3-3 habe. Habe ich denn alle? Habe ich alle, ja. Ja, ich kann es losgehen. Los, 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 los. Meine Reigenfeld, erschöpft. Held, durchgeführt. Versichtigen? Nur zu. Dann ist es jetzt vorbei. Er hat schon 3-3. Das ist doch was? Hier kommt. Wer hat die Flotte gerufen? Selbstverständlich. Ja, Commander. Es ist eine Fahle. Was ist los? Was ist los? Bestimmt. Ja, das ist vorbei. Da können wir rausgehen. Aber auch eindeutig besser. Schade. Hat halt gleich auf Corruptor gesetzt. Und damit das Spiel auch geworden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu. Und tschüss, Europ. Er bekommt 19 dazu und ich verliert 52. Äh, hallo? Also, tschüss. Vielen Dank.